Was hat das zu bedeuten, Jaina? Was macht dieses Schwein Asuka hier? Und warum stehst du an seiner Seite? Oh, ich habe einen, nun einen neuen Vater. Was hast du nur getan? Du hast diese Dreckskerl mit Hilfe des Tababooks der Elras wiederbelebt? Er hätte für immer in der Ebene des Blutes leiden sollen. Oh, wie herrlich ahnungslos du bist, Walna. Doch keine Sorge, die Wahrheit wird sich dir schon bald offenbaren. Habt ihr wirklich erwartet, dass ihr mich einfach verwandeln und ein Willentum das Haus zu beachten könnt? Ihr habt mich gegen meinen Willen zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und nun ist die Zeit gekommen, dass ich zu dem werde, was ich sein will. Oh nein, Jaina, was hast du nur getan? Viel spannender ist doch die Frage, was wir jetzt tun werden, meine liebe Elaine. Aber keine Sorge, ihr beide werdet keinen Detail verpassen. Jaina hatte nach ihrer Verbindung so viele Fragen zu ihrem vampirischen Dasein, die Walna und Elaine nicht beantworten wollten. Diese Unwissenheit tritt Jaina ja ohnebitterlich an, selbst nach Antworten zu suchen. So geschah es, dass der uralte Vampir Aska Saran mit Hilfe eines magischen Zababus aus der Ebene des Blutes befreit und wiederbelebt wurde. Und Aska bot Jaina Antworten auf Fragen, die Elaine und Walna nicht beantworten wollten. Doch auch Aska konnte nicht erinnern, welche finstere Kräfte noch in dem Zababu-Buch steckten. Finstere Kräfte, die Jaina immer mächtiger werden ließen. Du verdammtes Schwein, wirst jetzt sterben! Wartet! Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich dachte, ich könnte Jaina nach meinem Willen formen. Doch ich war dumm und blind. Sie ist nicht mehr die Vampir in dir, Kanted. Weil du sie uns geraubt und sie vertraut hast. Nein, sie ist von einem verdammten Schattengeist besessen. Nur mit letzter Kraft konnte ich fliehen, um euch zu finden. Wir müssen den Schattengeist in ihr stoppen. Wir werden dir niemals helfen, du bist in der Mistkerl. Mir helfen? Du verkehrst die Situation, Elaine. Entweder wir schaffen es, Jaina aufzuhalten, oder das Leben auf dieser Welt wird aufhören zu existieren. Und so führte letztlich die gemeinsame Jagd nach der besessenen Jaina die drei Vampire an den Ort, in dem Jaina die Steintafel der Eilers nutzen wollte. Schattengeister sind unfassbar mächtige Eilersmagier, die ihre körperliche Darstellung überwinden konnten und von einem Wirtskörper zum anderen wandern. Die Steintafel wiederum ist ein Relikt der Eilersmagier, auf dem der mächtigste Zauber geschrieben steht, der jemals erschaffen wurde. Doch nachdem sowohl Jaina als auch Walna am Ende durch einen Schattengeist besessen waren, blieben Asker und Elaine keine andere Wahl, als beide zu töten. Und wie ich euch bereits erzählt habe, verhinderte Elaine, dass Asker dann auch den Zauber der Steintafel nutzte. Stattdessen teilten sie die Bruchstöcke auf, und zwar so lange, bis Elaine das von Jaina versteckte Zauberbuch der Eilers gefunden, damit Walna wiederbelebt hatte. Aber das Bruchbeib verschollen, und Asker verlor die Geduld mit Elaine. Ah, das Ende hat Maleks also gewählt. Interessant. Übrigens, bisher war das alles, oder ist auch immer noch, eine Rückblende über Vampires Dawn 2 Ancient Blood, Leute. Auch ein tolles Spiel, Leute. Also Vampires Dawn 1, Reign of Blood, Vampires Dawn 2, Ancient Blood sind die beiden Vorgänge von Vampires Dawn 3, der Crimson Realm. Habe ich beide auf meinem Kanal, aber verwechselt bitte Vampires Dawn 2 Ancient Blood nicht mit Vampires Dawn 2 Everlasting Blood, was eine von der Mod-Community veränderte Version ist von Vampires Dawn 2, und die mir nicht so sehr gefällt wie das Original. Also versuch ich euch am besten das Original an Ancient Blood. So, meine Vampir-Nina, jetzt ist es soweit. Diese verdammte Elaine hat es seit Monaten nicht geschafft, das Buch zu finden. Meine Geduld ist nun am Ende. Ich werde nicht einen Moment länger darauf warten, dass dieses Wissstück das Buch in ihre Hände bekommt. Ich bin dazu ausgewählt, den Zauber der Steintafel zu nutzen. Elaine hat versagt. Sie ist genauso inkompetent wie der Wurm Wallner, den sie noch immer so verzweifelt liebt. Doch ihre hoffnungslose Liebe wird mich nicht einen Tag länger davon abhalten, die Macht zu erlangen, die mir schon längst hätte gegeben sein müssen. Macht euch bereit! Wir werden noch heute die Bruchstöcke in ihren dreckigen Händen entreißen. Die Steintafel wird nach all der verschwindeten Zeit endlich mein sein! Falls sie sich mir entgegenstellt, wird sie das gleiche Schicksal wie diese Male Wallner ein. Unendliche Qualen in der Ebene des Blutes! Aber Elaine kannte Aske gut und war vorbereitet auf einen Angriff. Doch je mehr Vampire Aske schickte, um Alanes Bruchstöcke zu holen, um so stärker musste sich Elaine wehren. Dies war der Beginn des Vampirkrieges, der diese Welt an den Rand des Abgrunds brachte. Und je größer der Druck auf Elaine wurde, um so größer wurde auch ihre Verzweiflung. Verdammte Aske! Wie viele Vampire will er noch erschaffen, um an meine Bruchstöcke zu gelangen? Selbst die Zerstörung seines geliebten Schlosses Aldanes vor vielen Jahren hat ihn nicht zur Vernunft gebracht. Wie lange kann ich seinen Angriffen noch standhalten? Und mit jedem neuen Vampir treten zwei Menschen dem heiligen Kreuzig bei, um das Ende der Menschheit zu verändern. Sieht Aske denn nicht, dass er diese Welt durch diesen Krieg in den Abgrund stürzen wird? Oh, Walner, ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte so sehr, wie hat er das Buch gefunden. Dann wäre heute alles anders. Ich habe an so unfassbar vielen Orten gesucht. Doch diese Welt ist einfach zu groß. Das Versteck, und Jane, das Buch in Dallas Nats könnte überall sein. Selbst in irgendeiner Felsspalte oder in einem toten Baum. Wie soll ich es nur finden? Und während ich mir darüber den Kopf zerbreche, rücken Askas Truppen näher und näher und sind ebenfalls auf der Suche nach mir und meinem Versteck. Ich muss diese Bruchstücke vor Aska schützen, mich gegen den heiligen Kreuzig wehren und noch das Buch der Heirers finden. Walner, ich kann nicht mehr. Wäre das alles jedoch doch nur ein böser Halbtraum muss nämlich bald erwachen. Erwache! Und so bekämpften sich die beiden Vampire für Jahrzehnte, während der heilige Kreuzzug geschaffen wurde, um die Auslöschung der Menschheit durch die Vampire zu verhindern. Worin genau die Macht der Steintafel lag, wussten nur die Heirersmagier. Aska erhoffte sich mit der Macht des Relikts die Herrschaft über die Welt. Elaine wollte die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Doch ohne Walner konnte es für sie keinen Frieden geben. Und für Walners Wiederbelebung brauchte Elaine das Zauberbuch der Heirersmagier. Aber wo sollte sie so einen kleinen Gegenstand in der so großen Welt finden? Wo nur konnte das Buch von Jenna versteckt worden sein? Eine nahezu unmögliche Aufgabe, es zu finden. Nach Jahrzehnten der verzweifelten Suche entdeckten Elanes Spieh endlich einen Ort, an dem die Natur durch dunkle Magie verändert worden war. Etwas, von dem Elaine erwartete, dass das Buch irgendwann genau so diesen Einfluss auf sein Versteck haben würde. Und so reiste sie sofort dorthin in dem Wissen, dass dies die wahrscheinlich letzte Gelegenheit sein könnte, das Buch doch noch zu finden, bevor Askas Vampire ihre restliche Armee vollständig auslöschen würden. Und so war allein nach Jahrzehnten der Suche und des Krieges gegen Aska dem Zauberbuch der Euras endlich ein Stück näher gekommen. Hier irgendwo muss das Buch versteckt sein. Meine Vampir-Gunsthafter berichteten, dass es in diesem Wald durch Schattenmagie verzauberte Tiere gibt. Das bedeutet, dafür eine Stärkentung für die Magiequellen. Es muss einfach das Buch sein. Falls nicht, der Paske mal war die Kriege in Kürze mit seiner Amie überrennen. Dazu darf es nicht kommen. Diese verdammte Suche muss ein Krieg im Ende finden. Oh, Weine. Was braucht für dich in dieser düsteren Stunde mehr als jemals zuvor? Hinweis! Bewege dich mit dem Pfeiltasten oder WSD. Mit Enter interagierst du mit der Umgebung. Mit Escape oder X rufst du das Menü auf. Mit Shift bewegst du die Spielfigur schneller. Im Menü unter Optionen kannst du neben der Lautstärke auch einstellen, dass die Spielfigur immer rennt. Habe ich natürlich schon gemacht, Leute. Skiption habe ich schon gemacht. Ich finde, die Ambiente ist sehr laut. Ich mache den Regen mal leiser. Hätte ich nicht gedacht, dass der so laut ist. So, und eventuell werden wir die Kampfeffekte noch ein bisschen ändern. Das weiß ich noch nicht. So, wir haben Elain früher Level 75. Geil. Maximal-Level anscheinend. HP 5547. Blutpunkte 122. Was sind RP? Rufpunkte? Wir haben 2800 Filer. Speichern wir mal. Autosave. 123. So, so. Naja, wir machen eins. Speichern. Super. Anzahl Speicherungen zwei. Stimmt nicht. Spielsatz eine halbe Stunde schon. 2800 Filer. 15 Menschlichkeit. Keine Pentagrammanzahl. Keine Silberbarren. Oh ja, Silberbarren wieder. Das hat mir im ersten Teil so gefallen, Leute. Geil. Quest-Lock. Alle abgebrochen. Null. Abgeschlossen. Null. Offen. Zwei. Main-Quest und hier Zustände im Kampf. Okay. Zustände im Kampf. Schwierigkeit. Hier erhältst du einen Überblick über negative Zustände erhalten von Tutorial. Ort im Kampf. Beschreiben. Starre. Muss mit Trank der Ewigkeit geheilt werden. Also wenn man ein Papier besiegt will. Gift. Schaden über Zeit. Blinz. Charakter hat minus 50% Treffershance. Uh. Stille. Charakter kann keine Zauber sprechen. Brennen. Schaden über Zeit reduziert Trefferrate, Angriff und Abwehr. Na toll. Also schlimmer als Gift eigentlich, finde ich. Rasend. Charakter versucht automatisch Blut zu saugen. Ah, cool. Verwirrt. Charakter greift zufällig Freund und Feind an. Gefroren. Charakter hat keine Aktion. Physische Schaden plus 100%. Wow. Lähmung. Charakter hat keine Aktion. Schlaf. Charakter hat keine Aktion. Wacht bei Treffer auf. Blutung. Feind. Schaden über Zeit. Gruppe. Blutschaden über Zeit. Nass. Charakter wird empfindlich gegen Blitzschaden. Okay. Es gibt viel mehr als damals, Leute. Feueraura. Angriffe erleidet Schaden und brennt. Feuerbombe. Wenn Charakter stirbt, erleiden Verbündete Schaden. Oha. Verdammnisklinge im Fluch. Oh, die Verdammnisklinge. Schaden über Zeit nur für Vampire. Die Sonne. Vampire heilen nach einem Kampf nicht. Verfaulen. Hoher Schaden über Zeit. Giftbombe. Wenn Charakter stirbt, erleiden Verbündete. Giftschaden. Verdammnis. Tod nach 5 Runden. Na toll. Öl. Erhöht Feuerempfindlichkeit. Reduziert Geschwindigkeit. Selbstvernichtung. Charakter greift sich selbst an. Was? Schicksalsbindung. Stirbt der Charakter, stirbt auch der Angreifer. Lol. Gear. Charakter kann Gegenstände nur auf sich selbst verwenden. Heilblock. Charakter kann nicht mehr geheilt werden. Verhext. Charakter erhält jede Runde einen negativen Zustand. Was? Das gefällt mir gar nicht. Schmerzriss. Charakter leidet nach mehreren Angriffen Schaden. Frostbrand. Schaden über Zeit. Empfindlichkeit gegen Eismagie. Kalte Knochen. Charakter kann nicht ausweichen. Die reduziert Abwehr. Todesgift. Giftstärke nimmt mit der Zeit zu. Keine Aufgaben. Belohnung. Zusätzliches Wissen um die Spielmechanik. Danke. Okay. Hilfe. Ah, okay. Dies ist das Questlog. Hier siehst du die verschiedenen Aufgaben, die du im Laufe des Spiels erhältst. Jede Nebenaufgabe hat eine empfohlene Levelstufe. Der Wert in der Klammer. Sowie eine Kategorisierung nach leicht, normal und schwer. Leicht Nebenaufgabe ohne Kämpfe. Normal Nebenaufgabe mit wenigen Kämpfen. Schwer Nebenaufgabe mit Kämpfen und einem Bossgegner. Okay. Schwierigkeit. Müsste eigentlich auch leicht sein. Zur Hauptgeschichte. Schwierigkeit. Normal erhalten von niemandem. Kein Ort. Beschreibung. Dies ist die Hauptgeschichte von Vampiresan 3. Super. Aufgaben. Durchsuche den Waldabschnitt nach dem Buch der Elras. Okay. Keine Belohnung. Gemein. Moment mal kurz, Leute. So, weiter geht's. Okay. Also, ich finde, er hat sich der Formation, können wir noch nicht machen. Status. Okay, allgemein. Ah, das ist da unten. Okay. So, Level 75. Maximaes Leben. Maximaes Blut. Angriff 421. Abwehr 247. Magischer Angriff 361. Magischer Abwehr 463. Geschwindigkeit 308. Glück 217. Erfahrung. Aktuelle Erfahrung 1700. Nein, 1.784.000. 627. Zum nächsten Level noch 49.319. Gesamterfahrung bis zum nächsten Level. Ah, ja. Attribute 1. Ah, die habe ich ja gerade vorgelesen. Magischer Abwehr ist ganz rechts, Leute. Ich weiß nicht, ob die voll ist. Oder ob der höchste Wert einfach als Maßstab für alles andere genutzt wird. Ich meine, 461, das wäre die Hälfte, wäre ungefähr 231. Und die Abwehr 247 ist links von der Hälfte. Das heißt, es ist wahrscheinlich tatsächlich der Maximalwert. Mehr magische Abwehr geht einfach nicht. Attribute 2. Erfahrungsquote 100%. Trefferschance 105%. Das gefällt mir. Ausweichen 5%. Also ich finde das toll, Leute. Das sind hier Werte, die wir im ersten und zweiten Teil nie hatten. Kritische Trefferschance 25%. Ausweichen gegen kritische Treffer, gegen Zauber, Reflexionsschutz, gegen Zauber und Gegenschlagschance 0%. Blutkostenmodifikator, Rache, Verbrauchs, physischer Schaden, magischer Schaden, Resistenzmodifikator, Resistenzfallenschaden, Verteidigung, Effektivität, Erholeneffektivität und Heil-Item-Effektivität 100%. Agro-Rate 100%. Lebensregeneration, Blutregeneration und Racheerzeugung 0%. Ah, Rachepunkte sind das also. Ah, okay. Elemente, physisch 100%, Feuer, Eis, Blitz, Wasser, Blut, Magie, Status, Magie, Licht und Schatten, Magie auch 100%. Okay. Elayne war doch eigentlich nur Feuer, Blut und Status. Während Blitz ist neu hinzugekommen und Wasser auch, Leute. Die gab es vorher nicht. Aska war Eis und Schatten und Blut auch, glaube ich. Oder war es nur Eis und Blut? Ich weiß nicht mehr. Und Walna hatte Licht und Schatten nur. Irgendwie so war das. Aber Blitz und Wasser sind neu. Neue Magie, Leute. Zustände. Okay, Elayne ist alles zu 100%, oder wie? Verstehe ich nicht. Und abbrechen. Und abbrechen. Das war die Aufhuh worm. Die Abbrechen. Wollabisch. Und abbrechen. Wir können sie gerneen und dieLaughing sind.